UNTERTITELUNG Als ich klein war und wir ständig umgezogen sind, hab ich mir immer Notizen gemacht und sie ganz klein zusammengefaltet. Und dann hab ich sie versteckt. Was stand drin? Einfach nur Dinge, an die ich mich erinnern wollte. Damit, wenn ich mal zurückkomme, was auf mich warten würde. Was genau magst du an dem Haus so sehr? Seine Geschichte? Seine Geschichte! Ein Autor schreibt Romane, ein Songwriter schreibt Songs. Wir tun, was wir können, um im Gedächtnis zu bleiben. Wir bauen unser Vermächtnis auf, Stück für Stück. Und vielleicht wird sich die ganze Welt an dich erinnern, vielleicht aber auch nur ein paar Menschen. Aber man tut, was man kann, um sicherzugehen, dass man auch noch hier ist, wenn man fort ist. Die Welt von der Welt und der Welt. Das ist ein Wart. Untertitelung des ZDF, 2020